Mein Name ist Hanna Kraiger und ich betreibe gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder und mit meinen Eltern in dritter und vierter Generation die Traditionsschokolademanufaktur Kraiger in Friesach in Kärntens ältester Stadt. Unser Betrieb umfasst mehrere Bereiche, zum einen eine Schokoladeerlebnismanufaktur, eine Konditorei, ein Kaffeehaus und die klassische Schokolademanufaktur. Für uns als Traditionsbetrieb ist es sehr wichtig, Tradition und Innovation gut im Einklang zu bringen. Auf der einen Seite die Tradition mit dem klaren Bekenntnis zum Handwerk, unsere Produkte zu 100% in reiner Handarbeit herzustellen. Auf der anderen Seite die Innovation, sich ständig neu an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen. Mit Kärntens einzigartiger Schokoladeerlebnismanufaktur möchten wir für den Kunden das Thema Schokolade erlebbar machen und dass der Kunde sieht, mit wie viel Liebe zum Handwerk wir unsere Produkte herstellen.